Löschfahrzeuge. Ja, es ist ja nicht so, dass ich gerade ein neues gebaut habe. Ich kriege dafür tausende. Da kriege ich gar nichts. Warte, nur. Müllmann. Nick der Müllmann, geht auch gut. Auf der Straße... Ah, Kacke. Das wird wahrscheinlich gehen, aber da habe ich jetzt genau die Dinger gepackt. Oh, war das Kacke dann von mir. Jetzt steht er auch auf der Straße. Ach, da habe ich schon so ein Ding gebaut. Ah! Wüsste ich gar nicht. Habe ich nicht mitbekommen. Wo brennst du denn? Oh, da hinten kann es echt... Stinkt. Ja, tut mir leid, dass die Stadt stinkt. Da fliegt einem still eine zu. Hä? Wieso möchte ich jetzt nicht so eine... Hä? Was will ich jetzt? Stellen sie eine Müllhöhle auf? Oder fliegt sie eine Müllhöhle? Abladen zu. Ja. Das mache ich dann mal. Oh, hier ist ja zufälligerweise ein Platz frei. Ich habe das doch gemacht. Gut, eventuell klappt das nächste Spiel auch zu tricksen. Scheiße. Ähm, ja. Kann ich es nicht hier draußen landern? Sieh es ja aus. Hm. Unmöglich. Jetzt habe ich es geschafft. Fuck. Ah. So kommen wir als Austricksen. Das ist cool. So. Ja, was willst du? Wir brauchen irgendwo, weil Generatoren hinzufügen. Besorgt sind. Ja, aber... Das Ding ist einfach nur, das ist weit weg, glaube ich. Ich mache nochmal hier hinten den Geheimweg lang. So, kann ich da nicht so... Ich brauche einen Tunnel. Ich brauche einen Tunnel. Ich brauche einen Tunnel. Irgendwie kann man das niedriger und... Höher machen. Ähm. M... N. MN. Okay. Niedriger... Ja, aber ich brauche keinen Tunnel oder... Ich brauche da doch einfach einen Tunnel durch. Ich brauche da doch einfach einen Tunnel durch. Boah, bau doch einfach einen Scheiß-Tunnel. Oder macht das so hässlich. Ist mir auch kein egal. Mhhh. Zack. Jaja. Ich werde auch mehr Strom haben oder was. Zack. Noch ein Überschuss. Wie sieht's damit aus? Das sieht noch ganz gut aus. Brand, oh nein, die Feuerwehr, jaja, bla bla. Drei Winde pro Tag und tote pro Tag. Läuft doch! He, he. Wer ist denn? Oooo, was muss man da, 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 dann habe ich auch alles. So, so 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 so. Schöne Strecke vor der Feuerwehrwache erstmal an der Haltestelle. Wo bin ich jetzt hier denn aus? 100 von... 122 von... 150 von 1. Dann brauche ich auf jeden Fall mehr Schuhbusse. Ah, kann ich jetzt nur voll kaufen. Zack. Dann brauche ich hier noch so ein schönes Schild und so eine geile Flagge. Zack. So, das sieht doch cool aus. Wenn ich jetzt überlege, sie machen alle nach ihrer Grundschule den Abschluss. Ja, also meine Leute sind schon sehr gebildet. Muss man mal so sagen. Und als Schulwappen... Na gut, das sieht man schon. Als Schulwappen haben die nichts weiteres als ein Apfel. Und damit geben sie noch an. Naja. Wenn die meinen, das ist cool. Ähm... Kein Kind verloren. Ja gut. 5600 plus. Das ist sehr gut. 6200 plus. Das ist doch noch besser. So. Perfekt. Höfter. Dann haben wir hier hinten noch eine kleine City. Seht ihr? Aber... noch reicht es ja anscheinend. Wasser ist auch ganz okay, aber... ich hätte lieber noch ein bisschen mehr. So. Kommt das auch von zwei Seiten. Hm. Ich find's eigentlich ganz cool aus hier mit dem Himmel. Hat schon was. So. Das würde ich jetzt auch noch bauen. Weil dann kann er nämlich perfekt hier auf einer Straße... Wie das aussieht. Hier in der Straße. Ja. Als ob das dazugehört. Und wenn man hier jemand mal zu schnell fährt und nicht bremsen kann, fährt er nur in eine Garage rein. Perfekt. Ja. Kann ich gar nicht sehen. Wirklich heiß. Oh. Aha. Wirklich heiß, was die Feuerwehrmänner hier machen anscheinend. Hm. Okay. Was? Müllhalde in Rio Blanco nimmt Timezone einen Teil des Mülls ab. Äh. Ist eigentlich nicht nötig, aber... Gut. Wie ich mein. Es riecht verbrannt hier. Patientenwühl. Äh. Ah. Dann bräuch ich ja das was Schild, damit jeder weiß, wo man hin muss. So. 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 Wir haben ziemlich viel gemacht, ne? Mal gucken, wie es weiter geht hier. Jetzt erstmal ein bisschen warten, bis ich ein bisschen mehr Geld bekomme wieder. Damit ich mal auch was kaufen kann. Das sieht ja geil aus. Du. 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 Ist die irgendwie mehr gesprucht? Ah, das ist auch noch 2 Spurig, ok. Dann mach ich die mal 3-spurig. So. Straßenwagen brauch ich glaube ich noch nicht, aber es ist ja schon mal gut, dass die 3-spurig ist. Da arbeiten ernsthaft viele Leute? Achso, die Tränen, die Tränen, okay. Also da will wahrscheinlich keiner rein, irgendwie nicht viel hin, oder? Aha, so wird Wasser abgepumpt. Ja, interessant. Hm, ok. 38.000, ja. Kann ich das nicht mal an einer Stadt spenden? Ich möchte gerne, ich meine das konnte man. So, jetzt möchte ich hier gerne Money spenden. Als Geschenk, genau. Menge, ja, kommt 30k als Geschenk. Das ist doch die Vitri-Stadt, ja. Geschenk schicken. Geschenk die Menge 30k. Ist ok. Müll wird entfernt jetzt ziemlich viel abgenommen, habe ich gehört. Achso, da kann man das nicht machen. Jetzt würde ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich glaube den ganzen Kram brauche ich hier in der Stadt selber. Ich fühle mich wohl in der Stadt selber. Oh, 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 jetzt möchte ich ein großer Häuser hier. Der Wohnblock. Ich bin jetzt so viel Meldung. Hier! Loser! Zack. Hä? Ach, 50.000 war kein Wunderbar. Leute protestieren, zu viel Verbrecher, oh. Oh, stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen. Scheiße. Ja, ok, Leute, keine Sorge. ich besiege alle verbrecher das war ein bisschen geld in polizei investieren immer wichtig geschlossen wir stellen leute ein wer will denn hier zur polizei rolfbieter klug wird langsam zu alt für das alles okay er hat sich gerade als polizist beworben und ist jetzt schon zu alt dafür und er auch sie sind auf einmal alle leute zu alt für das okay das verstehe ich nicht ja ein langer harvesttag wird auf jeden fall gefängniszellen brauche ich wahrscheinlich noch nicht so viele weil es wahrscheinlich noch ein paar laden die wir sind ich schätze ein bus gibt das können wir auch einfach um arsch der welt bauen arsch der welt hier ist der arsch der welt hallo arsch der welt ach so dass der drücke zack arsch der welt diese busse 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 nicht bisse busse das wird gehetzt hier da kann man jetzt schönes auto bringen schön ja da kann man sein auto hinstellen mit bus fahren kann natürlich hier hin kommen wenn man möchte mehr Hierhin komm, 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 hierhin komm. Mh, mach ich ja mal. Ich glaub der Bus muss nicht unbedingt in jede Straße nochmal rein. Zack. Okay, dann muss ich doch nochmal in jede Straße rein. Ich hab echt nicht mehr so viel Bock auf den ganzen Verkehr. 16 Minuten durchschnittliche Wartezeit, das wär schon mal geil. Ein Bürgermeisterhaus, erhöht die Grundstückspreise. So, brauchst du mal ein schönes Haus? Und dann würde ich mal sagen, das war's mit der ersten Folge. Äh, nicht mit der ersten Folge, mit meiner ersten Aufnahmen. Ich muss mal gucken, vielleicht mach ich 15 Minuten Folgen ruhig machen. Kommt's mal an, wie viel ich jetzt hab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei SimCity. Yeah. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.